Okay, und wie schnell war ich? Keine Ahnung, das kann ich nur auf dem Rollband messen. Kein Rollband! Oh, ich hab Sebastian vergessen. Sebastian hier. Wer ist Sebastian? Mein elektronischer persönlicher Assistent, so einer wie auf Ihrem Telefon. Sie haben doch ein Telefon, oder? Rennwagen haben keine Telefone, Cruise. Sebastian, miss McQueens Geschwindigkeit und gib sie mir durch. Messung läuft. Ich versuche, so gut es geht mitzuhalten. Ihre Folie sendet Ihre Daten an Sebastian. Na gut, meinetwegen. Legen wir los. Ich versuche, so gut es geht mitzuhalten.